irgendwie fand ich den crossbow vor der custom ammo änderung besser ja das macht überhaupt keinen sinn weil eigentlich nur positives passiert aber irgendwie nervt es mich immer hin und her switchen zu müssen mit der munition wenn ich shot bolt mitgenommen habe dann habe ich mich einfach damit abgefunden dass ich die k.i. damit töte aber so habe ich jetzt beide möglichkeiten und dann fange ich immer an die ganze zeit rum switchen first world problems schon lange keine hunter mehr auf der anderen seite hier gesehen einfach müssen eine bold demo kann ich jetzt mein sagen die man noch nehmen kann ja die toolbox kannst immer noch nehmen die frage war wo da war ich aber auch gerade über da wäre auch noch eine also bei den wagen leider ist der pink schon wieder weg kann ich konnte nicht sehen wo sie ist vorher gut wie gesagt da ist ein wagen hier ist es vorhin ich oh spezial munition ok ja ja wohl das ist ja noch ein wagen eine might bundle akzeptabel also ich lock ihn ja oh verdammt ich lock ihn achtung wir können ihn auch einfach killen wir haben zwei crossbows ich bin noch dabei aber der rennt halt die ganze zeit hier weg von mir also falls irgendwo ah ich habe was gefunden da was gedroppt da wer medikit sind meine ganzen crossbows jetzt hier durch die ritze gefallen liegen unten drunter ja gehen wir zum fort dann auch musst du dich immer drehen du blöde kuchen das und das ist voll ungewohnt instant nachzuladen mit einem shot bolt in dem man waffe wechseln drückt oder munitions typ wechseln dann muss ich mich noch gewöhnen und dann x drücken und dann den aufgeben und dann lädt aber trotzdem shot bolt nach ganz komisch oh achtung da sind hunde gell oder links auch sind sogar nicht wenig da sind hunde im käfig flusen auf der anderen seite los geh hoch richtung weißen wird ja noch jo jo aber wenn die da tatsächlich schon den boss machen dann kriegen wir den auch nicht rechtzeitig machen sie nicht der ist es wieder ist hier ist aber die box die wurde schon genommen kann ja auch sein dass schon jemand hier durchgekommen ist jo ich wollte es euch nur sagen und so so gehört sich das ist da bestimmt schon jemand in street bell am boss sehe ich aber noch keinen gerade oder sie sind von da zur eisenhütte waffenlager vor ort eisenhütte möglich möglich dann schaut mal in euren rücken gleich nicht dass die euch da hinschießen hier ist eine blueprint ich habe alles zumindest für das was ich dabei habe mach mal kurz einen turmausflug hier hoffe ich werde jetzt nicht weggesnipet oder so hier haben wir hier haben wir einer hit wasser 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 da ja von wasser oder norden von euch von mir aus gerade nordwesten okay ups Ups, den mach ich wieder zu Fuck, der Schuss kam bei mir an Der Boss ist weiß Also da ist keiner hinter uns soweit erstmal Eine Art Saber Da ganz hinten Ja mega weit weg Ja und hier vorne auch direkt Ja Vorsicht, zieh mich mal wieder ein bisschen zurück Hunde aggro Da hat doch jemand Hunde aggro Aber das sind nicht die Oder ist das wegen unseren Schüssen Ross ist noch weiß Hit, der da vorne hat Hit Keine Ahnung Keine Ahnung Der schwarze mit dem roten Shirt Der hat die Hunde Der hat die Hunde Auf den gehen die Hunde los Oder sie Direkt am Ende vom Knutzen Direkt am Ende vom Knutzen Oh, ich muss weg Ich muss mich heilen Hit Da vorne Einer ist tot, oder? War das ein männlicher? Ja, aber ein Jahrhund hab ich den Ja, ein Mann hab ich gerade Schreien gehört Ja, ein Mann hab ich gerade Ja, ein Mann hab ich gerade Ach, weiß den mal War da hinten aber im Im Wald ein Sonst Hit mit Cros for Plächer Okay Hit Hi Hit Lowenfield Machete der andere ist Stad nicht irgendwo gestorben aber ich habe nur die beiden gesehen hier ist noch der einer den habe ich noch gekillt ach so ok ja dann war das noch drei. Rival mit Slugs. Gute Wahl. Ja. Hier. Hier. Achso. Ja den habe ich auch. Ich habe schon zwei gelootet. Ich habe den nämlich zweimal angeschossen und dann dachte ich schon warum ist er nicht tot und dann noch einmal durch den Baum. Andere Bounties extracted. Wo war der andere jetzt? Irgendwie nicht richtig. Hier im Busch. Da ungefähr. An dem Baum. In der Nähe vom Knutzen ist der neue Skin. Wie war das an einem anderen Boss? War da viel gefeite? Ich bin jetzt gerade nicht ganz sicher. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Ich bin raus. Ich weiß es auch nicht. Oh was liegt denn da? Ein Ewin fehlt hier. Nein danke. Komm mach mal den Meathead hier mal weg. Die wollte ich immer mal sehen. Jetzt brennt doch. Ich bin tot. Hä? Ja ja da ist anscheinend ein anderes. ist ja aufhebbar oder nicht okay das kann ich ja draußen wir bei marx normale normal normal okay der scheiß mietet hier jetzt tot ja jetzt sind schon ziemlich nah was ist jetzt auch gut 60 meter gekürzt sind dann ihre krank gepusht hier ist halt feuer nein 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 es hat es noch nicht mehr gereicht die sind hier bei mir ich habe ein Fenster verdammt danke dir bitte wir haben beide geworfen hat das jetzt mal aufgehört zu brennen hier ja geht doch sie sind da richtung 15 30 ungefähr du hast geschlagen ja das war ich jemand hat hier was reingeworfen in das boss leer ok hit die wollte dies hier vorne am boss leer unten dran ich habe hier gerade eine am dach einer kommt durchs wasser unten der hat glaube ich jetzt gleich runde und zombies oder kommen die jetzt alle zu mir ich glaube die kommen zu mir kommen alle zu dir jemand wirft was hier ach das scheiß drauf hit gut einer dauert hinter dem fässer hinter mir hat auch einer geschossen glaube ich einer ist hier noch oh ja ich habe ihn gerade gesehen das ist der neue skin hit down ja ich muss nachladen schon tot ja ich weiß ja ok 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 nice ich gebe marcello aus ja ja ich fang schon mit der spinne weiter an hier ja boah das habe ich eben erschossen nach danke alle drei hier ja ja ich komme mal mit der drachen munition wir sind noch ein bisschen mit wo bist du wo bist du wo bist du bei mir Achtung 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 ja jetzt ist das server aber ja auf jeden fall darf ich den kill anmelden ja ja mach mal wenn ich denn so weit bin wo bist du denn die blöde bitch unter mir hier darf man noch einmal bullet grabber nehmen der zombie hängt auf dem meathead fest da kommt hier nicht weg ich lasse ihn da stehen auf gott drauf was ist schlagen ich spreche das gleich weg alle direkt nebeneinander hier rennt der folge rennt die von mir weg in der hilfe brauchst du schon alles gut mo already full ist ja schön dass der bug auch immer noch im game ist ja genau bullet grabber liegt da so achtung achtung warte kurz seine waffen waren nicht gut war ah ok wollte aber munition haben tatsächlich das ding wird nicht kaputt cool verschönern wir dieses liegt doch mal ein bisschen mit etwas dann freier so so Indestructible So, ja, sechs Kills Nice Ihr könnt ja kurz noch hierbleiben Ich mach kurz einen Abstecher in die Station Während ihr noch wartet Und dann könnt ihr über Arden dann gehen Und treffen wir uns gleich oben Saltersborg bei einem von den Ausgängen Noch ein paar Punkte Also ich will jetzt nicht so lange hier rumpiemeln Aber, ja, können wir das Noch ein paar Punkte oder so holen Mami, Mami, Mami Jetzt wird man noch ein Meathead hier Na, guck mal, der hat sogar einen Trade noch geploppt Gibt's denn hier? Determination Wenn jemand kurz hier vorbeikommen möchte Da kann er sich Determination abholen Oh, gleich Ist dabei Direkt vorm Haupteingang liegt die Meathead-Leiche hier Okay Nichts zu übersehen Ich geh dann schon mal nach Arden Mhm Ich bin drum No, lasse gerne Bitte Ich hoffe es nicht Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Springfield Heckenschütze. Ich bin hier vorne noch anmietet. Aber noch kurz killen. Oh, ich hätte da noch was. Was BOOM macht. Wo ist er denn? Hat er nicht gereicht? Nein, hat nicht gereicht. Ja, dann nehmen wir den Nordausgang. Achtung. Na, komm schon. Deswegen. Bounty. Der Boss war hier der andere. Wir brauchen hier nicht looten. Hier gibt's nix. Da ist auch eine. Da ist auch eine. Da ist auch eine. Hey. Was? Hast du noch darunter gestanden? Ja, ich war da noch drunter. Okay. Okay. Ich hab gewartet, sodass du... Ich wollte eigentlich warten, dass du vorbei bist und Marcello kurz davor. Ich hab Feuer gemacht. Oh. Ach, scheiße. Oh, hier wär sogar noch... Hier wär sogar noch ne Latein gewesen. Ja, hier auch. Ja, ja. Sind die noch irgendwo stehen? Oh, hier oben. Was war das denn jetzt? Der hatte eine. Eine ausgemachte. Hey. Aha. Aua. Gut. Gut. Gut.